dass man sie jedes mal neu verbinden oder wie ich er ist drin ja die stelle ich habe ein graues shirt bekommen geil kann nicht bläder und warum keine jetzt ich kann play drücken dann drückt der mysteriöse alles ich will schilder die werden immer kleiner die t-ringe ich habe das spiel gedrillt ich habe ich habe schuhwerfen auf mausrad runter scrollen gelegt er hätte das hier dass du leuchtes kippen ja wo hast du wirklich ja da ist der kiefer wieder mann deswegen hat das kiefer halt nicht hin das ist wie so ein netter typ die zweite schule krabber ums Okay, machen wir fertig. Oh, kann gar nicht an der Anzeigen gehen. Oh, da ist... Goldene Schuhe. Sieht nicht gut aus, ne? Das ist wieder der Heiltyp. Hä? Fresse, Alter. Ah, geht's weiter. Geht mich der Heil? Ja, der geht mich. Alles klar. Fabi, wir sind schon weiter oben. Wow, Alter. Kommen wir. Ähm... Na ja, jetzt. Okay. Okay. Verschiedene Schuhe. Okay, hier ist Falle. Oh, so einen richtigen roten Schuh hier? Oh, schön, du. Oh, da lieber nicht reingehen, hier. Da ist, äh, da ist, äh, fällst du durch. Genau. Shit. Ähm... Oh, shit. Du musst mal in den Schuh rein. Ich glaube, der Schuh ist nämlich jetzt weg. Nee, doch nicht. Äh, ich habe auch schon einen verloren. Oh, Gott. Ähm... Also, wir können springen, ne? Das... Okay. Oh, ja. Okay. Was hast du denn gefunden? Nee, noch nicht. Oh, hier liegen Leichen. Nee. Da! Komm, dir mit mir her, ey. Das ist mir nicht korrekt. Oh, okay. Nein, jetzt habe ich beide Schuhe verloren. Hier ist einer. Hier ist der Ausweg. Nein, 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 nein. Leichler, kommen. Hat der einen Schuh dabei? Okay. Ich runter. Nein, 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 nein. Halt. Geh ich mal hier raus. Mach schnell auf, mach schnell auf. Mach schnell auf, mach schnell. Oh, oh. Oh, was passiert denn da? Jo. Hier ist es kalt drinne. Das war alles. Cool. Ähm, ja, nee. Ja? Ist das Gary, oder? Nee, Moment, ich muss auch... Das ist Gary, ne? Der Rote, ne? Ja, das ist Gary, okay. Ich muss kurz sagen, weil der uns verpunkt. Hey, Kollege, hast du noch einen Schuh? Was passiert eigentlich, wenn man sich hier raufstellt, während er kommt? Ups. So. Oh, schade. Ja. Ja, einen Schuh wollte ich auch noch. Oh. Ach du Scheiße. Oh nein. Nein. Ja, wir müssen, ne? Alter. Nee, 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 nee. Oh. Ich habe keinen Schuh mehr, sonst würde ich den in die Fresse schlagen. Oh, ach cool. Ah, Schuh, ist ja schön. Ich bin wieder da. Hä? Oh ja, moi. Hä, wer geht das denn? Ähm, wenn ihr eine Ebene weiterkommt, dann werde ich wieder revived. Ah. Okay, dann gehen wir aber nicht, ne? Alter, was... Und den war auch nicht. So, so zwei Schuhe, ne? Eri hat zwei Schuhe. Ich habe noch zwei. Schuhe. So, hier ist wieder so ein Typ. Ja, gut, das wird nichts. Der haut dann umgegen. Ja, kommen wir nicht lang. Die ist eingefroren. Eri, mach mal einen Schuh reinwerfen. Okay, da geht es. Ja, Sekunde. Na, das ist gut. Oh, hier ist noch einer mit dem Schuh. Jo, sehr schön. Anna Eke. Vorsicht. Oh ja, boah. Ähm. Och, ne, man. Leck mich doch. Lass den doch den Scheiß hier. Das ist ein Geschenk. gewesen. Okay, das ist das Kreis gegen Ballett. Scheiße, Alter. Oh Mann, ey. Du kannst doch gar nicht die Tür so schnell auf, Alter. Hier liegt da ein Schuh. Ja, stimmt. Hier liegt da. Den hat er jetzt. Bin ich ja okay. Aber du hast noch zwei Schuhe. Oh, das ist überall doof, ne? Ja, hier ist scheiße. Ne, da waren wir schon. Oh, hier ist der Laser. Oh, okay. Okay. Ähm. Okay, hier ist anscheinend nichts. Hier ist sicher. Und hier ist noch ein... ...Ein Schuh. Das war's nicht. Oh. Ja! Was ist das denn? Was denn? Ja. Oh, jetzt ist der Cyber-Drache. Hä? Der 2.100 Angriffspunkte. Genau der. Alter. Eklig, Mann. Eklig. Ja, wie? Alter. Ja, ich lebe noch grad so. Hm. Was ist denn das? Die ist eine springende Kiste. Jetzt geh dir mal lieber nicht hin. Ja, komm her. Ups. So, ich hoffe, das stört es nicht ab, wenn ich mich heile. Oh, ist das ein fressender Koffer oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Ja, gut, da müssen wir ja hier durch, ne? Alter. Ah, da ist der Cyber-Drache, okay. Wir können auch hier lang, oder? Meint ihr, im Mitte, das Ding macht was? Äh, du kannst ihm ja ausweichen. Den wir dann gleich gleich. Dem trau ich nicht. Oh, scheiße. Scheiße, ich werd verrecken. Er ist tot. Er ist tot. Da kommen wir halt auch nicht weiter. Ne, Mann. Hey, wo bist du? Klar, Gary. Gary, genau. Hilfe. Hilfe. Gary kann nicht mehr laufen. Oh, oh. Okay. Und das ist so. Gary starb durch den Türen. Wir haben noch einen, nur einen, nur einen, nur einen Erfolg bekommen. Und wenn wir jetzt hier durchgehen. Ja? Das ist jetzt nur die Frage, was wir machen. Wenn wir Laser oder Drache? Was ist das denn? Das ist aber cool. Dürfte aber eigentlich nicht so schwer sein, ne? Mach mal, los. Mal gucken, ob der Schuh kaputt geht. Ne, okay. Dem Schuh passiert nichts. Warte. Oh, Alter. Ähm. Hi. Ach so, das bist du, Alter. Ich dachte, dass es rum da ist, Alter. Ja, da kommt dann immer so ein Grabstein oder so. Ist hochgefahren. Okay, das Spiel hat schon mal Pluspunkte. Ich kann mich hier in der Spiegelung von unten sehen. Stimmt, Alter. Ist halt nichts von, ne? Was macht der hier? Äh, ich hab nur noch einen Schuh. Ja. Ah. Ja, was ist denn hier? Alles klar, da bin ich heute gar nicht mehr. Ja, nee, ist klar. Und das sind viele, das ist nicht. Da sind Hände. Shit. Moment, Moment, Moment. Ich esse. Jani, hinter dir, pass auf. Ja. Oh, was passiert denn hier? Ich sterbe. Alter. Ich krieg alles ab. Tschüss, Jani. Ja, nein. Hier ist auch Zeug. Nein. Nein, hier sind Späne. Das ist das Problem. Auch ganz viel Ebene gerade. Diese Kreise, Koffer. So Dinger, die mich abschließen wollen. Risiko. Oh, da ist eine Linie, ne? Ja. Vorsicht, 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 Vorsicht. Wow. Alter. Ja, gut, aber wir kommen hier nicht weiter, ne? Ja, da hinten auch nicht. Da hinten in dem Raum, da sind... Wir müssen da durch. Wir müssen da durch, Alter. Äh, Junge. Oh. Oh, Mann, Alter, was ist das für ein Level, Mann? Und eine Bandage. Okay, aber der ist ja hier safe, ne? Ich meine... Nee. Der kommt nicht so weit. Wir können mal... ...hinten. Die Drohne hat keine Munition mehr. Ah. Oh! Ja, lass doch da lang gehen. Das sieht doch schön aus. Alter. Ach so, stimmt, hier ist auch alles einfach. Ja, wir müssen da rüber. Ja, mach mal. Ja. Nur ein 3 HP. Ja. Ja, genau, das meine ich. Okay, rein. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Oh, hier ist aber jemand gestorben, oder? Ah! Äh, ah! Okay, ich hab wieder... Geil. Wir kommen jetzt hier von der Seite. Oh. Ja. Okay, da kommt wieder so ein Krabbelamt. Ja, natürlich. Fuck, Alter. Oh, ja. Okay, der Raum. Scheiße, Mann. Der ist tot. Der sollt ihr nicht sehen, schon der Raum. Der Raum wird tot? Schön. Dann halt wieder Jump around. Oh, nein! Fuck! Scheiße, aber nicht dumm, Alter. Bist du tot? Nee, aber... Kurz davor. Oh, shit. Ja, geil, die Tesla-Spule. Ja, nein, nein! Ich bin runtergefallen. Scheiße, Mann. Okay, ich kann euch jetzt zugucken. Letzte Sage, komm, da muss noch einer was schaffen. Ja, wir müssen halt... Also, wir haben zwei Möglichkeiten, wenn wir mal auf die Karte gucken. Eine Map? Ja, eine Map. Ihr habt die Gierdecke noch... Also, da ist noch einer. Aber wir kommen halt nicht, warte, wir könnten jetzt... Oh, Geri ist tot. Tschüss, Geri. Nee, noch nicht, noch nicht. Meinst du, ich komm hier durch, oder? Ist das schwer? Ja. Oh, das wird schwer. Das ist mit A, Alter. Oh, mach das Ding auf. Oh, du Scheiße! Auf der anderen Seite komme ich halt auch nicht weiter. Da musst du ja durchgehen. Na ja. Dann kannst du ja durchgehen. Mit der Schiast. Wenn das Sterben kann ich passieren. Ha ha ha. Aber dann geht, du, dich in die Mitte rein. Oh! Kann ich hier nach rechts? Links war ich schon. Rechts kann doch besser sein. Boah, da war ein Knabber da. Bitte, bitte, bitte. Okay, ja, schon mal etwas. Okay, dann musst du auch auf die andere Seite. Ja, wo? Ja. Hopsala, Bandatschen. Bandatschen. Dann musst du jetzt leider auf die andere Seite. Und die ist leider echt scheiße. Oh, nee. Ja. 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 Was haben wir denn hier? Ja, was sehr gut ist. Ich bin da rechts runtergefallen. Silence Ringe. Hm. Sekunde. Au, au, wow. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So da reingesaugt. Ach, super. Geil, das war krass. Was kaputt. Schlag drauf. Wie denn? Bye, bye. Ich werde verbrennen. Ja, toll. Der packt die Bücher auf einen Haufen. Dann verbrennt du nicht. Ja, äh, sag, du kannst gar nicht lesen. Ja. Wo war die? Oh Gott. Der packt die. Die facility ist immer so krass. Oh Gott, das ist immer so krass. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo in die geht's? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah Gott. Oh Gott. kann mir davon was kaufen weil hier wo meint ihr auf das ist neu ist mit der normale sonnenbrille und jetzt das passiert jetzt ich kann es aus ich gebe auf play ich sehe jetzt nicht besser aus scheiß Husten